Ein starkes Team, die Rot-Schwarzen aus Grimmeln. Schauen wir mal, was in der 80-Festklasse passiert. Die Flagge geht hoch und es geht schon wieder los mit Hexelkisse von Grimmeln. Start 3. Ja, die Black Bulls hat einen schlechten Start. Über den Zugerrinne, die Mann Bulls positioniert. Sie ist, dass er nicht so gut geht. Und das Feld zieht sich etwas auseinander. Und ich habe es euch gesagt, die Black Bulls sind wieder vorne mit dabei. Die Black Bulls sind wieder vorne mit dabei. Der Wahnsinn auf vier Hütter. Die Black Bulls sind wieder vorne mit dabei. Die Black Bulls sind wieder vorne mit dabei.